Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Bücherwurm aus dem Pegasus Spiele Verlag. Ein Spiel für zwei bis acht Spieler ab acht Jahren mit einer Dauer von circa zehn bis 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Bücherwurm. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt, eine kleine Anleitung, dann gibt es einen Kartenstapel mit den Themengebieten und einen Kartenstapel mit den Buchstabenkarten. Das ist auch schon der Inhalt dieser Spiele Schachtel und deswegen werde ich euch als nächstes erklären, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Ihr nehmt die Buchstabenkarten, das sind die mit diesem Bücherwurm Hintergrund und mischt die einfach mal gut durch. Von diesen Karten bekommt jeder Spieler dann sechs Stück, die er verdeckt auf die Hand nimmt. Ich werde euch die wieder offen hinlegen, dass ihr seht, mit welchen Buchstaben ich hier spiele. Also jeder Spieler kriegt, wie gesagt, hier sechs Stück. Die restlichen Buchstabenkarten können aus dem Spiel, die werden für diese Runde nicht benötigt. Und dann gibt es noch die Themenkarten, auch die mischt man einmal gut durch und legt die als Stapel einfach mal auf den Tisch. Ja, wie gesagt, normalerweise die Buchstabenkarten verdeckt auf die Hand. Ich werde sie euch offen hinlegen, dass ihr seht, was ich hier für Buchstaben habe. Und dann kann das Spiel auch schon losgehen. Ihr versucht, alle Buchstabenkarten aus eurer Hand auszuspielen. Dazu müsst ihr Worte nennen, die mit den Buchstaben einer eurer Karten beginnen und zum aktuellen Thema passen. Wem nichts Passendes einfällt, spielt keine Karte und wechselt stattdessen das Thema. Derjenige von euch, der zuerst alle Karten von seiner Hand gespielt hat, gewinnt. Ja, das Spiel ist also sehr, sehr einfach. Es geht einfach nur darum, seine Handkarten loszuwerden. Ich hoffe, ihr könnt die Karten erkennen, trotz dessen sie die gleiche Farbe haben wie mein Tisch. Das ist natürlich hier etwas schwierig, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. So, ein Startspieler, der deckt hier mal die erste Karte auf. Auf jeder Karte befinden sich immer drei Themen. Und zwar ein grünes Thema, das ist ein leichtes Thema, das man auch mit Kindern gut spielen kann. Ein oranges und ein schwieriges rotes Thema. Das Ganze ist hier drüben auf Englisch, auf der anderen Seite auf Deutsch. Und dieser Spieler, der die Karte aufdeckt, sucht sich jetzt ein Thema raus und nennt dieses. Zum Beispiel größer als ein Haus. Das ist das grüne Thema von dieser Karte. Und jetzt beginnt der linke Spieler neben dem Spieler, der gerade aufgedeckt hat, die Partie. Dieser schaut sich jetzt die Handkarten an und überlegt sich, ob er größer als ein Haus, also irgendein Wort findet, das mit einem seiner sechs Karten losgeht, mit einem Buchstaben, der da drauf ist, oder nicht. Jetzt überlege ich mal, was ist größer wie ein Haus. Und jetzt sage ich einfach mal, ich nehme das A, lege das A raus und sage, die AIDA, das große Ferienschiff, ist größer wie ein Haus. Die anderen Spieler schauen natürlich oder überlegen, ist das richtig? Ja, kann man gelten lassen. Und schon ist der nächste Spieler an der Reihe. Der schaut sich auch seine Karten an, überlegt sich, was ist größer wie ein Haus? Vielleicht ein Turm. Ich lege das T raus und sage, ein Turm ist größer wie ein Haus. Jetzt ist unser Spieler hier drüben wieder an der Reihe und müsste jetzt wieder auf dieses größer als ein Haus eine passende Karte rauslegen. Kann er das nicht, dann kann er auch das Thema wechseln. Dazu nimmt er einfach die nächste Themenkarte, schaut sich die an, überlegt sich, welches Thema wir jetzt spielen wollen, zum Beispiel etwas spitzes. Nehmen wir mal das rote Thema, ich lege das hin. Und dann ist aber auch wieder der linke Spieler, neben dem, der gerade das Thema gewechselt hat, an der Reihe. Also nicht der Spieler, der das Thema wechselt, darf gleich eine Karte drauflegen, sondern der Spieler links daneben ist dann wieder an der Reihe und muss sich jetzt einfach überlegen, zum Thema etwas spitzes, was könnte das sein? Ich nehme mal das M und sage ein Messer. Dann ist unser Spieler hier drüben dran, sagt ich nur das S und sage eine Spritze. Und unser Spieler hier drüben ist wieder dran und sagt ein Zirkel mit Z. Also wenn auf einer Karte mehrere Buchstaben drauf sind, kann man sich einen raussuchen, mit dem man das lösen möchte. Also ich sage mal Zirkel ist spitz unten. Dann ist er hier drüben wieder dran und er sagt es einfach, okay, mir fällt nichts mehr ein. Er darf natürlich nicht zweimal das gleiche Wort nennen, das darf niemand. Ein genanntes Wort ist verbrannt. Da darf keiner mehr das gleiche Wort verwenden. Aber er könnte jetzt das Thema wieder wechseln. Und so geht es eben weiter, bis ein Spieler seine letzte Karte rausgelegt hat. Und der Spieler, der als erstes eben seine letzte Karte mit einem gültigen Begriff abgelegt hat, hat das Spiel auch schon gewonnen. Es gibt dann hier noch ein paar Varianten, wie zum Beispiel die Quizvariante ab drei Spielern. Hier ist es immer so, dass ein Spieler immer eine Themenkarte aufdeckt und die anderen Spieler so schnell wie möglich eine entsprechende Buchstabenkarte rauslegen müssen. Also der Spieler, der es aufdeckt, das Thema und es nennt, spielt in dieser Runde nicht mit. Er deckt es auf, nennt eines von den drei Themen, was die anderen Spieler eben erfüllen müssen. Die anderen Spieler schauen ihre Karten an und der Schnellste, der als erstes seine Buchstabenkarte rauslegt, der darf dieses Thema eben dann lösen. Er darf das Wort nennen, was er zu diesem Thema sich ausgedacht hat. Ist das Wort okay? Dann legt er als nächstes eine neue Themenkarte drauf und ist selber nicht dran und die anderen beiden Spieler sind an der Reihe. Also das geht jetzt nach drei Spielern natürlich. Dabei ist immer der Spieler, der die neue Themenkarte rauslegt, dann eben nicht mit dabei. Dann gibt es noch eine schnelle Variante, bei der wird dann so gespielt, dass man, wenn man an der Reihe ist, so lange Buchstabenkarten mit Wörtern rauslegen darf, bis der linke Nachbar einen unterbricht und selber einen Begriff nennt, dann darf der Buchstabenkarten mit entsprechenden Begriffen zu diesem Thema, das gerade gespielt wird, eben rauslegen. Es darf aber jederzeit auch ein anderer Spieler, also der nächste Spieler, eine neue Themenkarte aufdecken. Und wenn er das macht, ein neues Thema aufdecken, darf er selber auch gleich Wörter nennen mit seinen Handkarten, die zu diesem Thema passen, bis er eben wieder von einem linken Nachbarn unterbrochen wird. Und so läuft es einfach ganz, ganz schnell reihum. Also da dauern die Spielrunden wirklich nur ein paar Minuten, wenn überhaupt, und sind dann ganz schnell vorbei. Das ist also die schnelle Variante. Diese drei Varianten kann man hier eben spielen. Ein einfaches Wortfindespiel für die ganze Familie mit einfachen Regeln kann man durchaus ab und zu auf den Tisch bringen. Das war sie, meine kurze Spielevorstellung von Bücherwurm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht es gut, euer Michael.